Hi friends, was geht und willkommen zu diesem Video. Im heutigen Video spielen wir wie Unschweizer Erkennen und Mario Odyssey. Aber nicht einfach ein Mario Odyssey, sondern eine Challenge. Das wird mir im Video von Montag erklärt. Ich möchte trotzdem auch eine Challenge machen, auch wenn ich eigentlich 19 von 20 Punkte mache. Ja, in diesem Sinne, was geht. Willkommen zu diesem Video. Und mir haben immer wieder mal Leute gesagt, ja, ich würde mich nicht wirklich in den Videos Stimmlagen zu ändern. Das Ding ist, ich ende zwar meine Stimmlage, aber das kommt doch nicht so genau rüber wie ich es will. Und ich bin außerdem auch noch in der Pubertät, also kannst du auch da noch ein bisschen liegen. Aber ja, ich würde sagen, wir gehen mal mit dem ersten Versuch. Und der ist schon mal absolut gar nix. Und der ist schon mal so. Aber der wird glaube ich nix. Ich habe das Ganze auch noch nie ausprobiert. Ich habe nur kurz ein Tutorial mal auf YouTube geschaut, was man dafür machen muss. Und mit weiß ich auch nicht. Und mit weiß ich auch nicht. Und ich habe das Ganze auch schon mal auf YouTube geschaut. Und ich habe auch noch einen Punkt, weil das jetzt schon so nach 2005 aussehen. Aber sonst ja. Der ist von Logitech, also keine Ahnung. Und ich habe das Ganze auch noch jünger. Kann ich nicht sagen. Die Aussichtung, die Aussichtung, die Aussichtung, die Aussichtung, die Aussichtung. Wie geht das Ganze mit den anderen Tag? Da außerdem benutze ich diesen Controller, weil dieser hier, der eigentliche Switch Controller, hat's auf dess eigenen Grund mit dem Imulator. Hat der einen Joy-Con Drift, benutze ich jedenfalls auf der Switch, hat der dann wieder keinen Joy-Con Drift. Ich kann es mir eigentlich nicht erklären wieso, aber es gibt wohl ein technisches Problem mit YouTube wahrscheinlich. Ich kann es mir nicht erklären, dass ich es nicht mehr so viel zu tun. Wie ganz danke für das unglaubliche Feedback auf mein wirklich allererstes richtiges Musikbilder. Ich hätte glaube ich innerhalb des ersten Tages schon in dem Kanal. 25 Aufrufe oder so, also ihr seid da so massiv eskaliert. Holy sch... das hat mich sehr gut übernommen. Und über die Kommentare nebenan einfach nicht. Ok. Nein. Da genau. oh oh Untertitelung. BR 2018 Nein! Nein! aber so war es schon ganz gut Gerade noch so Zeitgeschwart Oh mein Gott Ich meine, ich kann es mal so versuchen, vielleicht bringt ja das etwas. Ne, das bringt einfach nichts. Oh, ich kann es nicht. Oh, ich muss es nicht. Oh, ich kann es nicht. Ich bin jetzt. Oh, ich bin jetzt. Ja, das klingt doch gut und das ist nicht gut. Ja, das klingt doch gut. Ja, das klingt doch gut. Oh, der Vogel. Ja, das klingt doch gut. Ja, das klingt doch gut. Hier muss halt die Aussichtung wirklich perfekt sein. Also, komplett perfekt. Ja, das klingt doch gut. 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 Oh, okay. Woa, 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 woa. Oh, mein Gott. Das... Wacken ab. Ey, wieso fliegt mir jetzt keinen guten Winkel mehr hin? Neue Jobgeister, aber wie hab ich das jetzt gerade vorhin gemacht? Wie hab ich das gemacht? Wuhu! 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 Ja das sieht schon besser aus, er sieht besser aus, er sieht ganz gut, Du darfst, ich kann nicht, du darfst, ich kann nicht... Mann! Ey, ich hasse dich, Mario... So, die Krieger bei dieser Fernschaltung, da könnte ich mir glauben. Wohin zieht es mich jetzt schon wieder? Habt ihr gesehen? Ich bin wieder... Gefühlt 20 Kilometer weggezogen worden. Das war, glaube ich, die Ausrichtung von der Ausrichtung. Ja, wahrscheinlich die Ausrichtung. Ja, das ist die Ausrichtung. Ah, lol. Controller Test Connect, alles klar. Ich glaube, das habt ihr auch killed, oder? Ich bin mir nicht sicher. Wenn nicht, dann... Okay, dann sehen wir das mit meinem Desktop-Saugen. Oh ja, oh, 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 die sieht sehr gut aus, die sieht sogar sehr gut aus. Nein! Nein! Oh, mein Gott! Nein! Meine Lampe ist oben, alles gut. Ich habe immer so, dass ich ihm jetzt das gegenwerfe, wenn ich ihn wo ganz kurz vor mir bin. Das ist das, was ich fast geschafft hätte. Ich habe immer alles, dass ich ausraste und das in meine Lampe schmeiße. Die sieht jetzt zwar nicht, aber... Die sieht jetzt zwar nicht, aber... Das ist auch gleich eher unwichtig, ne? Ich Prince-Kanns-Aufer. Die wird nie zusammen. Ich methke und schwenke dir jetzt, du darfst das wirklich gut machen. ok, strut das eigentlich aus. Dich, ist ihre anderen Kirchen. Euben hier auch noch hat sie llegó aus und Preis ist jetzt verdaban is點. es wird wirklich perfekt sein mhmhmhm Nein! Werke hätte ich nicht so dumm gewesen für Mario, hätte es aber geschafft! Oh nee, Digga! Nee! Oh, habe ich doch fast hintergefallen! Oh mein Gott, wäre das eher kein Licht gewesen! So, mhmhmhm Nein, das wird nix! Ja, vor allem wird es so nix! Was ich von Impressive finde ist, dass es ganz eigentlich nur auf einem Laptop läuft! Auf einem Laptop! Ich habe nicht mal den richtigen PC oder Tower oder wie auch niemand sagen will! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist so nix! Wir müssen uns wiederholen. Das ist ein Schmerz. Mann, wir müssen halt, wir müssen dann wirklich genau so vor dieser Kante landen, damit Mario drauf kann. Das ist bisschen schwierig. Ich kann es ja mal von diesem Winkel aus versuchen, aber dieser Winkel, dieser Winkel wird nicht klappen, weil dann fliegen wir da hin. Aber nur so zum Schauen, was dann passiert. Ich kann es ja mal sehen. Oh Yes, let's go guys let's go behind Wir haben es, wir haben es, Geist. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Geist. Oh mein freaking Gott. Und das Ganze hat auch nur 24 Minuten gedauert. Ich habe das schon nicht so auf, keine Ahnung, 10 Minuten runtergekürzt oder so, aber trotzdem, Geist, wir sind drauf, hier ist jetzt, wir sind oben. Das ist so schön. Wir haben es geschafft. Keine Ahnung, vielleicht bringe ich am Montag noch ein schönes Video, vielleicht kommt aber auch etwas komplett anderes. Wir werden es herausfinden, bis zum nächsten Mal. Ah ja, Geist.